Der HAG 34 GT ist ein Dauerbrandofen mit der EcoPlus Feuerungstechnik. Die Kachelverkleidung ist hier zweifarbig gestaltet. Neben verschiedenen Kachelfarben kann der Kaminofen auch mit Speckstein oder Granit verkleidet werden. Unter der Feuerraumtür befinden sich die Regler für die Primär- und Sekundärluftzufuhr sowie der Aschekasten. Der Feuerraum hat eine tiefe Gussmulde mit einem Rüttelrost. Der mit einer Spezialkeramik ausgekleidete Feuerraum wird oben mit dem Feinstaubfilter abgeschlossen. Die angesetzten Sockel aus weiß beschichtetem Stahlblech bieten zusätzliche Ablageflächen für ihre individuelle Dekoration.